In einem wahrhaftigen Herzschlagfinale setzte sich die deutsche U17-Nationalmannschaft am Samstagnachmittag im Elfmeterschießen gegen die französische Elf durch und krönte sich damit zum Weltmeister. Ein Spieler von RB Leipzig, Winners Aushabe, 17, erlebte während der gesamten Partie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Der Mittelfeldmann der Sachsen stand in der Startelf von Coach Christian Wyck, 50, und zeigte wie seine Mitspieler eine solide Leistung. Doch im zweiten Durchgang war der Traum vom WM-Finale für den 17-Jährigen bereits vorzeitig beendet. Nach einem Zweikampf kassierte der Rasenballer zurecht die gelbrote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Plötzlich waren die Deutschen nun noch zu 10, fingen sich den Ausgleich ein, konnten aber letztendlich das 2 zu 2 noch ins Elfmeterschießen retten. Als Almogera Kabar, 17, den entscheidenden Strafstoß über die Linie drückte, dürften Aushabe sicherlich mehrere dicke Brocken vom Herzen gefallen sein. RB Leipzigs Trainer Marco Rose, 47, äußerte bereits vor der Partie besonderes Augenmerk auf den Youngstar. Der höchstwahrscheinlich mit ins Winter-Trainingslager nach La Manga fahren darf. Dennoch ist in Sachsen bewusst, dass bei Aushabe noch Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Rose betonte, er hat in vielen Teilbereichen noch viel Luft nach oben, um dann tatsächlich ganz oben bei uns anzukommen. Für die Leipziger Fans ist Aushabe bereits jetzt ein Publikumsliebling. FC Heidenheim, 2 zu 1, und im Stadion wurden Aushabe und die Nationalelf von knapp 45.000 Fans für ihren großartigen Sieg und den Gewinn der Weltmeisterschaft bejubelt. Das U17-Spiel endete kurz vor dem Anpfiff der Partie von RB gegen den 1. Bleibt das Mittelfeld-Talent am Ball, könnte er in Zukunft vielleicht sogar solche Triomphe direkt vor Ort miterleben.